Kann ich machen? Dann starte ich das schon? Das war glaube ich mit drauf, keine Ahnung. Herzlich willkommen zu First Class Trouble, ich wollte schon Class First sagen, mit Alina, Juri, Philipp, Karl, Christopher und mir. So, jetzt habe ich es nach der Reihenfolge da vorlesen, die an der Seite steht. First Class Trouble, schwierig zu erklären, also eigentlich, es gibt zwei Personuiden, das sind die Bösen, die müssen halt die anderen, die Innozenten quasi eigentlich entweder umbringen oder irgendwie dazu bringen, dass sie ersticken, sonst was, ins Feuer schubsen, ganz viele Möglichkeiten, die Leute zu töten. Und die anderen müssen halt herausfinden, wer die Personuiden sind, aber es gibt halt super viele Items, super viele Möglichkeiten und das jetzt alles zu erklären, wäre glaube ich ein bisschen zu viel, deswegen starten wir jetzt einfach mal eine Runde und mal gucken, ob man das nicht erklären muss, was man da gleich alles macht. Also es ist ja schon recht viel. Ich finde es auch komisch, dass es kein Tutorial gibt, irgendwie. So gar nicht. Wenigstens so eine kleine Erklärung, wie das Spiel funktioniert, hätte man irgendwie machen können. Das war so gut. Oh Mann, ey. So, dann erst mal ab in den Sprach-Chat. Du Arsch. Ey, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Kann jeder reden? Ja, Aua. Ja, aber finde ich dich. Ah, Lina redet zum Beispiel gerade gar nicht. Ich glaube, sie kann nicht reden. Haben wir in der ersten Folge also den Voice-Chat-Fehler. Nice. Das ist ja super. Also für euch nochmal zur Erklärung. Man kann mit L2 gedrückt halten Push-and-Talk machen mit allen Leuten. Wenn man böse ist, kann man aber auch die rechte Steuerkreuz-Taste drücken oder gedrückt halten, um dann nur mit den Personuiden, mit den Traitor-Kollegen zu reden quasi. Und kommt mir bitte nicht in den Kommentaren damit, das ist ja wie Among Us. Among Us gab es schon deutlich, äh, 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 ähm, das Spiel gab es deutlich vor Among Us. Hi. Und, ja. Also wenn einer irgendwie sagt, das Spiel ist wie Among Us, bitte erkundigt euch. So. Das Spiel kam vor Among Us. Okay, was hast du? Ich habe einen Halbkreis, der nach unten geöffnet ist, mit einem Punkt in der Mitte, darunter ein Strich und noch ein Punkt. Okay. Ich habe einen Halbkreis, der nach oben geöffnet ist, mit einem Punkt in der Mitte und zwei Strichen drüber. Ein Doppelstrich quasi. Okay, der andere. Ja. Achso, du, aha. So, ich nehme das Item hier einfach mal. So, dann können wir das hier noch machen. Also für euch zum Verständnis, wir müssen jetzt hier das Oxygen-Beta oben voll machen. Also nicht voll machen, sondern, ähm, halten, damit wir nicht ersticken. Ich glaube, die blaue Kickdown abgegeben. Wuhu. Wuhu. Und dann müssen wir so eine, ähm, Skill-Checks wie eben machen. Oh mein Gott. Und ich glaube, ich glaube, Alina hat wirklich einen, äh, Voice-Chat-Bug. Nein, Ali, ich höre Ali. Ich höre Ali. Echt, wo denn? Philipp stinkt. Ah, okay, also sag doch mal was. Es gibt doch diese Voice-Chat-Bug. Du musst immer was sagen am Anfang. Danke. So, mal gucken. Gibt es hier unten die Spritze? Die Spritze ist, by the way, auch wieder unten, ne? Ich habe die gerade ein bisschen verarscht. Mal gucken, ob die Dinge das nicht sind. Wolltest du die gerade nehmen oder was? Ne. Hey, als wenn ich das so offensichtlich mache. Ich habe die, ja, ich will die. Au. Man kann sie auch hier so ducken. Und wenn man sich duckt, dann wird der Name nicht erkannt. Das ist natürlich ganz lustig, wenn man irgendwie... So, äh, werden das hier aufgemacht. Achso, mit den Schraubschüsser. Haben wir einen Lock schon? Keine Ahnung. Äh, Locks sind, by the way, dafür da so Lockbücher, damit man sieht, wer eventuell Personoid ist. Die stehen dann halt da drauf. Nur so für euch jetzt. Au. Okay, keiner hat einen Lock. Nice. Au, doch haben wir. Haben wir? Okay. Au. Au. Wieso geht's bei mir? Wieso geht's bei mir nicht? Casino ist auch eine sehr, sehr coole Map. Es gibt halt auch im zweiten Level. Also müsst ihr das euch so verstehen, wie man muss Karts holen, die dann in den Fahrstuhl reinlegen, damit man in die nächste Etage kommt. Und das zweite Level ist mal random. Casino, Garden, äh, Restaurant, Mall oder sonst was. Und da gibt's dann immer viele unterschiedliche, ähm, Tötungsmechaniken. Und man muss hier auch wieder Keycards sammeln, um dann in das letzte Level zu kommen. Und man sollte hier auf jeden Fall schon einen Personoiden ertappt haben. Es tanzt der Biber, Butze, Mandeln. In unserem Kreuz herum, Bilibum. Alter, Juri, mach dich mal ein bisschen leiser. Du, ey, du versteuerst extrem. Wie, du, ey. Der mir doch ein Lock. Und der wird nicht ausgewählt. Okay, daneben wird nicht. Okay, Christopher, was stand denn drauf? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, dann, okay, alles klar. Das ist so auffällig, ey. Oh, der wird besser. Christopher, ist das? Hallo? Ich glaube auch. Ja, ist besser. Ja, ist besser. Danke. Das musste ich mal gesagt haben. Das war wichtig. Es wird gegambelt. Wir haben eine Keycard. So. Ich sag, er gehe ich auf Zahl auf Farbe. Ich sag rot. Ich sag grüne Keycard. Rot, 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 rot. Gönn. Ich sag mal, ich das wird Speedrun. Nein. Ach, Mann. Oh, Champagner. Danke. Ich glaube, ich glaube, Philipp wurde gerade irgendwie. Ich habe irgendwas mit Carl gerade gehört. Hilfe. Ach so, hier geht's auf. Was passiert? Ich dachte, ich komme nicht mehr raus. Hä? Bist du in die reingekommen? Ich gehe da rein. Äh, da ist der Treffer. Ah ja, stimmt. Ich sehe es gerade. Ja, ja, alles gut. Das ist auch failed. Warum sind denn zwei Leute da drin? Wer von euch... Philipp? Komm, komm, jetzt denke ich raus. Philipp? Da war... Nichts drin. Immerhin hat mein Ding gesagt, aber da muss das drin sein. Oh, kriege ich... Nichts. Na, danke. Gar nicht. Okay, Philipp ist irgendwie komplett komisch ruhig. Ich gamble, Digga. Ey, was hat das damit zu tun? Ob du gamblest? Ihr wart da gerade zu zweit einfach drinnen. Sag mal, Sascha. Was? Was macht... Was macht... Was? Ja, weil ich glaube, er hat einen CE-Fehler. Hat einen grüner. Ah, nee, wir haben schon einen grüner. Philipp hat wieder einen CE-Fehler. Nice. Also, der Trailer-Kollege kann sie jetzt, äh, ne? Offen zeigen. Nein, ich hab kein CE. Ich bin außer dem Lass-Fehler-Kollege. Achso, okay, alles klar. So, was würdest du sagen? Sascha, was macht denn der, äh, Schläger? Na, du fliegst einfach super weit. Ich hab ne blaue Keycard gefunden. Achso, damit könnte ich dich jetzt weghauen. Naja, zum Beispiel. Kannst du's ja mal probieren. Mach einfach mal, dann siehst du's. Ja gut, es geht besser, aber... Bei mir fehlt bei der Weh ne Spritze oben, ne? Okay, das Dau ist ja kacke. Das Ding ist eigentlich ganz gut, tatsächlich. Ich hab mal damit einen durchs Feuer geschubst. Leute, Leute. In der anderen Luftwäuse ist jemand gestorben. Ja, das war Alina. Das, das war Alina. Und wer war da? Juri, das ist Juri. Juri ist es. Juri ist es safe. Juri war grad oben wegen dem... Aber Karl ist aber auch nicht hier. Nein, Karl ist hier. Das war nicht Karl. Ich bin hier, ich hab die runde Karte da hinten. Das, das ist Juri. Juri ist es safe. Ich war bei euch. Sauerstoff. Juri ist es zu 100%. Er war der Einzige, der mit, äh... Wo ist er? Du wart ja eigentlich die ganze Zeit. Juri, du bist das halt die Klappe. Du bist das. Wie, du bin ich es denn? Du warst mit Alina alleine. Ich kann ihn auch... Es muss... Ich hab Ali nicht mal gesehen. Hä? Du warst mit Juri... Wo ist die denn noch so? Du warst mit ihr alleine. In Erlos. Also, ich vermute jetzt für nichts, also... Also, ich war... Ich hab ihn mal gesehen. Passt da... Ja, ja, komm halt immer. Pass auf. Füttelt. Wir können ihn auch neben lassen und ich kann ihn gleich scannen. Ich hab einen Scanner. Nein, aber wenn du uns scannerst, dann verschwendest du dir. Es gibt zwei Personoliden. Ja, wir haben... Ja, wir kriegen noch eh bei... Äh, und bei Kane, äh, noch einen Scanner. Ja, aber... Ja, aber... Ja, eventuell. Aber Juri ist safe einer, weil... Pass auf. Philipp, Christopher, ich und Karl, wir waren alle bei diesen einen Airlock, wo ich mich gewundert war, warum sind denn drei Leute da? Und du warst die ganze Zeit alleine irgendwo, wahrscheinlich mit Alina. Du musst es sein. Aber ich war... Ich war... Ich war nicht mit Alina zusammen. Ich war die ganze Zeit alleine. Er kam aus der ganz anderen Richtung. Ja! Ja, vielleicht seid ihr... Ja, dann seid ihr beide das. Dann seid ihr beide das. Tut mir leid. Nein, aber... Nein, aber ich muss jetzt mal ernsthaft sagen, er kam von da, wo wir waren. Hä? Das ist... Christopher kann es bezeugen. Er kam von da, wo wir waren. Ja, dann scannt ihn. Er ist es safe. Auf jeden Fall sind noch nicht alle verschwunden. Ja, zwei sind noch da. Los sind's. Juri, bleib hier. Juri, bleib stehen. Okay. Er ist ein Personalid. Ja, wahrscheinlich bin ich das. Natürlich. Okay. Die Frage ist, war er der Letzte? Nee, kann er ja nicht. Da hinten ist noch eine Karte. Also, komm mal bitte mit. Mach mal, ähm... Aber bitte... So. Okay, es ist Philipp. Es war klar, Philipp, du bist es. Vertraut wird. Zu 100%. Du bist es. Du stehst auf der Karte drauf. Du bist es. Ja. Nee, nee. Du scannst mich nicht, weil du bist es. Du sagst dann wieder... Ja. Ja, komm. Ey, ehrlich. Ich bin es nämlich nicht. Ja, wenn ihr mich tötet, ist okay. Macht eure Minuspunkte. Ist mir scheißegal. Kommt. Ja, komm. Macht los. Kommt, tötet mich los. Macht. Los. Macht es. Ihr werdet verlieren. Ihr werdet so verlieren. Aber gut. Ist mir egal. Macht. Macht. Ja, komm. Mach. Mach doch einfach. Komm. Los. Trau dich. Hol deine Minuspunkte. Mach mal die Brücke an und lass mich rüber. Ja. Nee, dann tötet ihr mich. Ich will den... Ja, komm, ey. Ey, ist es. Mach runter. Bitte. Bitte. Tu es einfach. Ach, komm, ey. Ich weiß es selber nicht. Ey. Ja, ist okay. Ich springe aber selber in den Tod, weil ich bin es nicht. Ey, geht. Dann geht auch... Ja, sag ich doch. Aber los, los, los. Mach, 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 mach. Mach. Nein. Ach, mach... Ey, wie kann man so schlecht sein? Wie kann man einfach so schlecht sein? Wie kann man so schlecht sein? Wie kann man so schlecht spielen? Erste Runde direkt kein Bock mehr. Es tut mir leid, aber warum glaubt ihr denn nie ein Schwanz? Es ist so unglaublich nervig, ey. Weil du auch gut im Lügen bist. Ja, aber... Ja, es ist einfach traurig. Philipp ist schlecht im Lügen gerade gewesen. Aber gut. Ey, das macht jetzt schon kein... Ach. So sauer, ey. Ja, ich scanne dich. Es ist doch klar, dass er sagt, dass ich einer bin, hä? Wie dumm kann man eigentlich sein? Auch tatsächlich, äh... War es ja logischerweise, dass er sich... Ja, natürlich. Wie soll ich damit... Wie soll ich damit rechnen, dass du einfach mit den anderen... Noll? ...reibe zusammen warst. Oh. Wir haben doch... Noll? Er hat ihn einfach getötet. Wie hast du das denn gemacht? Hä? Ich hab... Wir haben... Wo happened? Ich hab ne Flasche rübergeworfen und Philipp ist rausgeflogen. Er hat es doch... Wir haben gewonnen? What? Ja, wir haben gewonnen. Ey, weißt du, aber keiner glaubt mir wieder. Es ist so traurig. Einfach. Ja, er ist es. Komm, ey, echt. Ich scanne dich. Philipp war traurig, ey. Trotzdem haben wir noch gewonnen. Gott sei Dank, ey. Und allein mit Juri, weißt du, ja, muss ich ihn in Schutz nehmen. Aber klar, dass das Philipp dann ist. Sag doch schon mal. Ey, aber das ist ja auch alle zusammen war. Ey, es ist so dumm gewesen. Hier ist nicht irgendwann mal, ja, wir sind da... Nee, das haben wir nie gesagt. Das hast du mal gesagt, dass du es machen willst. Aber es wäre komplett dumm. Ja, nicht ich. Irgendjemand anders hat es zwei erzählt. Das war einer der Randys. Ich bin halt leichtes Opfer, weil ich bin meistens alleine unterwegs. Ja, gut. Ich glaube, Ellie vertraut mir nie wieder. Ich bin das irgendwie absolut bescheuert, dass ich eine scheiß Flasche rüberwerfe und Philipp liegt über den Blender. Das ist absoluter Bullshit irgendwie. Wieso Bullshit? Wir haben gewonnen. Ist doch gut. Let's go. Ja, trotzdem, ey. Sag mal irgendwie, Nacke. Ey, das war die Rache, weil ganz ehrlich, Ellie. Oh, so schön, ey. Oh, so lucky muss das mal sein, ey. Das stimmt. Ich glaube, Philipp hat den CE-Fehler auf einmal durch die Flasche, weil er ist hier gar nicht im Spielchat mit drin. Aber der ist doch, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Na gut, okay, das war auf jeden Fall die erste Folge. War echt, ey, ich war schon wieder so unglaublich tiltet. Ich muss mich da echt mal beruhigen. Ey. Wenn, wenn, Philipp dürfte niemals so einen Scanner geben, Alter. Der ist immer dann irgendwie der Böse. Immer. Ja, ich wollte eigentlich auch sagen, gib mir den Scanner, weil ich safe bin und dann hat er ihn schon eingesetzt. Ja. Ich hab halt in der Situation nur Christopher vertraut. Ja, ich hab, euch beide hab ich auch safe vertraut, aber... Ey, aber das, ey, das mit der Brücke, ja, das... Ey, ganz ehrlich, ich hab wirklich gedrückt gehalten. Das ist die Brücke von allein. Ne, alles gut, alles gut. Das ist das Bug manchmal, da musst du ein bisschen warten, das ist, ja... Da war jetzt, das war jetzt nicht deine Schuld. Ich wusste, dass du nicht böse bist. Ja gut, okay, jetzt aber... Das war's mit der ersten Folge. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Hoffentlich mit weniger tilt. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.